verheißungsvoll kann man sagen ist der markt aktuell er ist nach oben gegangen wir sind im plus aktuell mal das ist mal eine gute nachricht der tag heute nach dem vor wochenendlichen abverkauf sieht das ja ganz gut aus ich mache das mal als kerze dann sieht man das sofort um guck mal die ist grün das ist doch so wie man sich das wünscht und vorstellt der kurs aktuell nach oben das was wir jetzt sehen wenn die kerze so aufhören sollte ist übrigens ein engulfing pattern die grüne tages kerze hier die allerdings noch nicht fertig ist aber die grüne tages kerze hier umschließt die vorangegangene rote entgalft also umarmt sie sozusagen und das ist eigentlich ein bullisches zeichen aber ihr wisst ich bin natürlich normalerweise gar nicht auf diesem trichter unterwegs sondern ich gucke mir so die verläufe an das heißt wann kann ich denn frühzeitig möglichst frühzeitig erkennen dass der kurs dreht gucken muss man fünf minuten chart an das ist ja für die intraday händler immer ganz spannend wenn ihr so eine bewegung seht die stark in eine richtung geht und danach dreiwellig oder in irgendeiner form stark in eine richtung und dann mehrfach wackelnd mit kursüberschneidung in die gegenrichtung geht dann ist es typisch dass die starke richtung sich im anschluss noch mal durchsetzt und wenn sie sich durchsetzt sind das eben kauf gelegenheiten und offensichtlich sind die abwärtsbewegung die schwächeren gewesen die aufwärtsseite also stark soll ich also jetzt hier oben noch kaufen nee da oben nicht mehr hier wären die einstiege gewesen immer so diese zwischenhochs ich mache es noch mal eine theorie daneben wenn ihr so etwas habt dann ist hier der richtige einstieg nicht hier nicht hier sondern hier der richtige einstieg naja was ist schon der richtige einstieg das muss man natürlich relativieren ihr könnt das ganze vielleicht ja mit indikatoren oder sowas noch mal versuchen zu verfeinern ein bisschen anders zu machen aber lassen wir es mal möglichst einfach diese zwischenhochs sind mögliche einstiege das klappt übrigens nicht immer für diejenigen die jetzt sagen mensch so einfach das wusste ich ja gar nicht ab jetzt also nur noch gewinne naja so schön ist die welt auch nicht aber die chance ist groß dass man damit auf der richtigen seite liegt also hier oben jetzt kaufen nie da oben jetzt nicht mehr kaufen wenn der kurs allerdings noch mal irgendwie so was in der richtung macht hier jetzt irgendwann dann ist das ein ganz gutes zeichen a ist ja wieder korrektiv das heißt ich weiß dass die länge hier quasi nach oben nicht die länge aber dass die dass die richtung hier nach oben noch mal aufgenommen wird warum komme ich auf die länge weil wenn das die erste korrektur wäre ist klassischerweise das was danach kommt so lang wie der teil davor ja aber blöderweise das ist ja nicht die erste korrektur wir hatten ja hier schon das heißt hier vorne konnte man solche gedanken durchaus angehen dass der kurs eben so oder sogar noch deutlich länger unterwegs ist aber hier hinten brauchen wir jetzt wieder eine größere korrektur das heißt der markt steht jetzt tatsächlich in der chance dass er zum beispiel im mehr stunden chart oder auch auf tagesebene diese bewegung vielleicht noch ein bisschen fortsetzt man kann dann immer wieder diese kleineren rücksetzer vielleicht nutzen um noch mal so ein bisschen mit aufzuspringen ein bisschen geht noch ein bisschen geht noch wenn dann allerdings die nächste größere korrektur kommt im verhältnis zu dieser bewegung hier so um die hälfte wieder zurück zu dieser bewegung dann hätte man das nächste größere bild also für die längerfristigen ist das alles noch gar nichts ist noch nicht relevant dieser anstieg ist vielleicht ein hoffnungsschimmer aber noch nicht wirklich der burner um einzusteigen für die kurzfristigen die haben schon gesagt ja haben wir schon gesehen sind wir schon für die die jetzt da also noch nicht drin sind macht das gleiche wie die kurzfristigen hier wartet darauf dass hier rücksetzer sind die so in die hälfte dieser strecke wieder zurückgehen ich kann das mal so halbwegs andeuten mit fibonacci wenn das der tiefste punkt ist ich unterstelle mal das ist jetzt wirklich eine unterstellung bitte jetzt nicht sagen hat er auch gezeichnet so wird es passieren tun wir mal so als ob der anstieg bis hier geht das ist jetzt wirklich rein geraten also bitte jetzt nicht irgendwie eine abschließung er geht schon davon aus aber nehmen wir mal an da geht der kurs dann runter dann messt ihr vom tiefsten zum höchsten punkt und in diese kiste mag er fallen das wäre das optimale um dann eben die fortsetzung dazu bekommen ihr seht also der markt hat zumindest im kleinen einen ersten guten grundstein gelegt wir wissen in einem grundstein kann man nicht wohnen aber es ist eine gute voraussetzung dass dann noch mehr kommt dass man nachher dann auch verwerten kann für einen neuen bullenmarkt der also dann wirklich auch weiter nach oben trägt die chance ist da das ist so ähnlich wir haben es noch alles da das ist hier irgendwie so ähnlich aussehen wird wie hier vorne diese chance besteht vorsichtig für diese chance wir sind noch nicht mal hier voll durch geschweige denn dass wir schon die korrektur haben geschweige denn dass wir den trigger nach oben haben also bitte nicht jetzt den falschen schluss nur weil ich hier so ein bisschen hoffnung verbreite siehste jetzt passiert das hier wird alles wieder gut ja die welt wird gut davon gehe ich mal aus aber bitte bitte geht nicht davon aus dass das zwangsweise jetzt schon oder kann ich doch jetzt schon einsteigen warum warten hat er ja auch gemeint ab jetzt geht es hier massiv nach oben aber die voraussetzung sind zumindest jetzt schon mal da ich möchte mal den warnenden finger erheben schaut euch nämlich mal zum beispiel diese bewegung an die hat mir sehr gut gefallen so ähnlich gut wie das was wir hier haben allerdings haben wir hier nicht abc bekommen und dementsprechend also hier abc sondern wir sind stark runter und wenn ihr jetzt sagt wieso das doch auch aber ist eine gute übung hier ist doch auch abc ja aber der ist ja tiefer als der ihr erinnert euch daran der rücksetzer tiefster punkt höchste punkt und dann so ungefähr in diese zone rein 38 50 61 8 wenn er dadurch geht ist das momentum nach oben schon zum großen teil wieder aufgebraucht also wenn ihr jetzt ein sprinter habt und der hält zwischendurch noch mal komplett an dann sagt ihr ja gut der lauf ist verhauen ja wenn der mal ein bisschen ja beim sprinter wird man wohl durchmarschieren aber beim 400 meter lauf macht man mal vielleicht ein paar sekunden ein bisschen oder beim naja ihr seht schon ich habe von laufen keine ahnung aber wenn da mal zwischendurch ein bisschen langsamer das geht schon ein bisschen gegenbewegung sozusagen da hinkt das bild dann ähnlich wie der läufer aber wenn ihr seht dass wir hier in diese zone zurückkommen ist alles safe wenn es aber da drunter hinaus geht ja vorsichtig dann ist das noch nicht der startschuss klar wie auch wenn der kurs noch tiefer geht als das aber wir haben jetzt die neue chance auf den startschuss und die ist durchaus gegeben für die kürzerfristigen unter euch also jetzt mal ein bisschen drauf gucken ob der kurs nicht mal wieder wackelig dreiwellig oder mehrfach wackelnd hier nach unten kommt da kann man sagen ein bisschen geht da noch was da mache ich im kurzfristigen intraday bereich was das kann von hier sein kann sein dass er vorher noch ein bisschen weiter klettert und danach erst runter kommt sehen nur so ein bisschen die chance wird jetzt so langsam müde ihr seht dass wir hier in trendrichtung so ein bisschen gegenbewegung ich würde mich nicht wundern wenn der kurs jetzt ein bisschen runter käme ist aber keine ankündigung aber häufig sieht das so aus in trendrichtung immer noch aber korrektiv wenn er dann so ein bisschen müde wird und nicht mehr will vorsichtig das nicht immer so er kann auch direkt hoch und dann sagen ich drehe jetzt das geht auch aus der hüfte geschossen aber wenn er das schon andeutet dann ist das vielleicht ein ganz gutes zeichen also für all diejenigen die noch bullisch sind immer mal überlegen wenn das dann so ein verhalten ist ob man nicht mit dem stopp schön eng rangeht dass man möglichst viel dieser bewegung noch mitnimmt notfalls dann bei der nächsten gelegenheit dann wieder einsteigen um dann wieder neu mit eine position zu öffnen für die etwas übergeordneten ja das ist schon mal ein netter versuch wir sehen dass der markt es durchaus versucht nach oben aber aufpassen dass wenn ich solche versuche so kontern dann wird das nämlich nichts sondern immer daran denken dass solche versuche dass als nächstes brauchen um dann eben einen schönen dreh nach oben mitzunehmen das ist übrigens auch beim nasdaq so das bild ist hier mehr oder weniger das gleiche das sind hier alles die future kurse das ist auch beim dow jones in etwa so und der dax der ist ja heute feiertags bedingt sagen wir mal im mitläufer modus und da sehen wir dass die bewegung hier ebenfalls so ähnlich aussieht wenn auch nicht so sauber aber klar wie soll er denn das sauber hinkriegen wenn der markt eigentlich jetzt heute naja mit in anführungsstrichen halber lunge fährt immerhin fährt er ja mit die börse ist ja offen wenn auch eben wie gesagt etwas eingeschränkter von den teilnehmerschaften aber ihr seht das ist jetzt der dax im 15 minuten chart der dax index nicht hyperventilieren ob der bewegung denn das was wir hier jetzt haben ist immer noch nur korrektiv und beim dax wird es jetzt die entscheidung geben dreht er an der stelle jetzt tatsächlich und dann die frage ist das beschleunigt nochmal weiter tiefer oder wird das tatsächlich irgendwas mit pausen modus also wackelig sein und anschließend nach oben also der dax ist sowieso eigentlich in der besten situation mal abzuwarten zu gucken ob es wackelig runter geht dann die trigger nach oben nutzen oder ob der markt nicht tatsächlich hier nach unten weg dreht ihr seht aber meine vorzügliche erwartungshaltung ist da muss ich jetzt nicht unbedingt sofort reingehen da schaue ich mir erst mal an ob ich das korrektive szenario kriege oder ob der kurs nicht sogar ernsthaft noch mal tiefer geht irgendwo da unten runter oder vielleicht sogar noch tiefer das werden wir dann sehen ja mit dieser voraussetzung euch alles gute für eure eigenen handelsentscheidungen ich hoffe dass ihr damit vielleicht heute was anfangen könnt aber idealerweise aber in den nächsten tagen da einen wunderbaren trade drauf aufbauen könnt dafür drücke ich euch sowieso die daumen und sage ganz liebe grüße abone ol abone ol